Schwarzwälder Kirschtorte Koladen, Biskuit, Kirschwasser und Sahne Die Zutaten sich lohnen, dazu Raspel, Schokolade Die Zutaten sich lohnen, dazu Raspel, Schokolade 1930, Tübingen, Kaffeewald, hat sie das Licht erblickt Geburt der schönsten Torte, Konditor, Meisterling Die Königin der Torten im herzbaren Württemberg Sie öffnet ihre Pforten für die ganze Welt Sie öffnet ihre Pforten für die ganze Welt Sie öffnet ihre Pforten für die ganze Welt Sie öffnet ihre Pforten für die ganze Welt